Horrorfreunde aufgepasst, hier kommt das Trailer-Update zu Observance, ein Film, der richtig, richtig gut aussieht. Der Trailer ist extrem verstörend und dürfte wahrscheinlich das Beste sein, das ihr heute sehen werdet. Es geht um Parker. Der ist privater Ermittler und bekommt den Auftrag, eine Frau zu observieren. Er mietet sich in der Wohnung gegenüber ihres Apartments ein und macht das, was er am besten kann, observieren. Dabei fallen ihm dann immer wieder ganz merkwürdige Sachen auf, die er sich auch nicht so richtig erklären kann und bald schwebt er in Lebensgefahr. Wir beobachten ihn dabei und fragen uns die ganze Zeit, hey, wie ist das denn zu erklären? Und auch Parker fragt sich das, denn an Dämonen und Geister glaubt er bis dahin eigentlich nicht. Wie gesagt, das Teil sieht richtig gut aus. Hier ein paar kleine Ausschnitte für euch. Den kompletten Trailer findet ihr jetzt auf film.tv. Mir haben besonders die jungen Schauspieler, alles Unbekanntes, sehr, sehr gut gefallen. Ob das Ding wirklich ins Kino kommt, bisher gibt es noch keinen Starttermin oder vielleicht direkt im Heimkino. Also auf Blu-ray, DVD und Video on Demand rauskommt. Das klären wir noch, ist bisher noch nicht bekannt, aber wir liefern da definitiv noch was nach. Und wenn ihr dann schon mal auf film.tv seid, um euch das ganze Ding anzugucken, dann tragt euch doch direkt in unsere WhatsApp-Liste ein. Dann verpasst ihr in Zukunft keine neuen News und Trailer mehr. Die schicken wir euch dann direkt auf euer Handy. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020